Leute, es gibt schon wieder Gesprächsbedarf. Das ist das zweite Video an diesem Tag am 8. Juli, Montag. Es gibt eine Menge Kritik. Mich haben einige Instagram und WhatsApp Nachrichten erreicht. Ich habe es auch vorher selber schon gelesen. Es gibt einen neuen Battle Pass ab Season 22 und der wird auf heftige Kritik stoßen. Extreme Kritik. Die völlig zu Recht ist. Allerdings muss man dazu sagen, man wird in Zukunft deutlich mehr für sein Geld bekommen. Alle Leute, die gerne mal 10, 20 Euro in einer Season ausgeben, die wird diese Änderung nicht stören, weil die inhaltlich definitiv für ihr Geld mehr bekommen. Mehr kostenlose, kostenlose Packs, mehr legendäre Sachen, mehr Materialien, mehr Coins und so weiter. Das ist richtig geil. Aber für Leute wie du und ich, die vielleicht jetzt in den letzten Seasons nicht so oft geschafft haben, den Battle Pass voll zu grinden. Ich habe in den letzten zwei, drei Seasons das nicht geschafft auf 110. Ich bin jetzt gerade mal Stufe 48 und wir sind jetzt im Mid-Season-Update und ich bin realistisch. Ich werde es nicht auf 110 schaffen, weil ich einfach die Zeit und auch die Lust zur Zeit nicht habe. Weil es ist verdammt warm draußen. Es gibt viel zu tun und es ist einfach zu schönes Wetter, um jedes Mal zu zocken. Ich komme jetzt einfach mal zum Punkt und zeige euch die Änderungen, die Apex Legends in Season 22 offiziell vornimmt. Das ist ein offizielles Statement. Ich lese euch nicht den ganzen Kram vor. Es gibt auf der EA Apex Legends Seite einen ellenlangen Text. Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe mir auch nicht alles durchgelesen, aber das Wichtigste und das ist richtig, richtig Müll. Das sage ich euch gleich. Wie gesagt, inhaltlich ist das Bombe, was passiert. Finanziell eher nicht so geil. Hier gibt es einen Vorher-Nachher-Vergleich. Ich führe euch einfach mal ganz kurz durch. Wir haben hier den kostenlosen alten Battle Pass, wenn du quasi gar kein Geld ausgibst. Und den neuen. Dann gibt es den Premium, quasi der für 10 Euro. Premium neu. Und dann gibt es das Premium-Büttel, was vor 2800 Coins gekostet hat, wo du gleich noch 25 Stufen geschenkt bekommen hast. Und es gibt Premium Plus neu. Wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Die alte Version, die wir jetzt aktuell noch haben, ist folgendermaßen. Wir haben eine Season von drei Monaten. 110 Stufen der Battle Pass. In Zukunft wird es so sein, dass wir mit jedem Split einen neuen Battle Pass bekommen. Das ist kein Scheiß. Das heißt, wir haben für sechs Wochen Zeit, 60 Stufen zu erklimmen und bekommen so unser Stuff. Das bedeutet, wir bekommen, und das ist das Positive, wir bekommen pro Battle Pass, oder wenn wir beide Battle Passe quasi inhaltlich zusammenführen, bekommen wir doppelt so viele Belohnungen. Für die, die kein Geld ausgeben und nur den kostenlosen alten oder überhaupt kostenlos zocken, ohne Geld auszugeben, die machen einfach mal 100% Gewinn. Ihr seht, der normale Battle Pass hatte 110 Stufen, wie gesagt, auf drei Monate. Jetzt sind 60 Stufen auf sechs Wochen oder auf anderthalb Monate. Und mit einem Battle Pass alt haben wir 200 Coins erspielt. Und jetzt, also wir rechnen mal mit pro Season 200 Coins erspielt. Und jetzt sind es pro Season dann 400 Coins. Das heißt, pro Battle Pass 200, zwei Battle Pass pro Season sind 400. Wir haben sieben Apex Packs erspielt. Hier sind es ebenfalls sieben pro Battle Pass, also 14 und nicht mehr sieben. Dann kommt jetzt als Bonus aber hinzu, im Vergleich zum alten Battle Pass, wo wir nichts bezahlen. Wir bekommen noch einen epischen Charakter Skin, einen epischen Waffenskin und einen Emot geschenkt. Und zweimal kostenloses Season Belohnungen alt kommen noch hinzu. Was auch immer das bedeutet, irgendwas aus irgendwelchen alten Battle Passen. Keine Ahnung, das verstehe ich noch nicht so ganz. Und es wird auch viel Müll aus dem Battle Pass verschwinden, den wir sowieso nie ausgerüstet haben. Jetzt kommt aber der Knackpunkt, der richtig, richtig Dreck ist. Es gibt nun mal Casual Gamer wie du und ich, die nicht so viel Zeit haben. Die haben vielleicht einmal in ihrem Leben 10 Euro bezahlt, um 950 Apex Coins für einen Battle Pass zu bezahlen. Und wenn du es schaffst, diesen frei zu grinden, komplett auf Stufe 110 oder auf 100, reicht ja auch, hast du genug Apex Münzen freigeschaltet, um dir in der nächsten Season einen neuen Battle Pass zu kaufen, ohne Echtgeld zu bezahlen, wenn du es nicht für irgendwelche Skins verschwendet hast. Jetzt wird es aber so sein, und das ist nämlich der Knackpunkt, dass wir pro Battle Pass minden, also immer 10 Euro hier in die Hand nehmen müssen. Echtgeld. Du kannst in Zukunft nicht mehr mit Apex Coins deinem Battle Pass kaufen, sprich refinanzieren. Das Positive für alle, die gerne mal ein Zehner pro sechs Wochen in die Hand nehmen. Ihr bekommt wirklich deutlich mehr für euer Geld, das ist kein Witz, aber für Leute, die eben das Geld nicht haben und da keinen Bock drauf haben, ist das riesengroßer Dreck, meine Meinung. Wir haben nämlich dann Premium Alt, 110 Stufen, ist klar, 60 Stufen. Wir haben für 10 Euro, bekommen 1.300, bekommen immer noch 1.300, weil wir müssen ja den Folge Battle Pass im zweiten Split auch bezahlen. Wir bekommen aber 2.400 Herstellungsmetalle statt 1.200, sprich pro Season sind das 4.800. Natürlich ist das geil, exotische Splitter können wir dann pro Season 20 statt 10 freischalten, aber wir müssen eben immer doppelt so tief in die Tasche greifen, bekommen statt 14 Apex Packs auf die ganze Season gerechnet dann 34 Apex Packs, also pro Battle Pass. Dann kommt aber noch zusätzlich hinzu 3 legendäre Themen Packs, bekommen wir bonusmäßig hinzu. Und wir bekommen statt 2 dann insgesamt pro Season 4 legendäre Charakter Skins, einen legendären Waffenskin, also 2 insgesamt pro Season und einen reaktiven Waffenskin. Das heißt, auf Stufe 60, auf der Maximalstufe, bekommen wir den ersten reaktiven Skin und in dem zweiten Split auf Stufe 60 dann den zweiten. Du musst halt immer gucken, dass du pro Split ordentlich reingrindest, um wirklich auf deine Kosten zu kommen. Wie gesagt, inhaltlich ist das eine geile Sache, aber du musst halt statt 10 20 Euro pro Split bezahlen oder pro Season musst du 20 Euro in die Hand nehmen, wenn du alles richtig frei grinden willst. Und dann haben wir noch das Premium Bündel, wo wir 2.800 Apex Coins bezahlen und EA erklärt übrigens auch, wir haben es uns ja gar nicht so leicht gemacht, dass wir das jetzt mit Echtgeld machen. Aber die Begründung dahinter ist auch, dass dann der Premium Battle Pass günstiger wird, was meiner Meinung nach keine Erklärung ist. Wie gesagt, wir müssten theoretisch 28 Euro bezahlen pro Season im alten System. Im neuen System sind es dann nicht 28 pro Battle Pass, sondern 20. Das heißt, du bist trotzdem bei 40 Euro, musst quasi 12 Euro mehr in die Tasche greifen. Bekommst dafür, mal abgesehen davon, dass du 10 Stufen bekommst, nicht, müssten ja theoretisch 12,5 sein, es ist ein bisschen ein Verlust, was jetzt aber nicht dramatisch ist. Bekommst du weiterhin 1.300 Apex Münzen, das heißt pro Season bist du bei 2.600 Apex Coins. Wenn du die hast, kannst du natürlich gut reinvestieren in schöne Skins aus irgendwelchen Events. Bekommst pro Battle Pass 2.400, also 4.800 Herstellungsmetalle. Das ist schon ordentlich, hast du bei dem hier auch. Bekommst aber bei dem Premium 20 exotische Splitter, also pro Season 40. Das macht schon was aus, wenn du zum Beispiel diesen reaktiven Flatline Skin mit diesem geilen Ironside freischalten willst. Da brauchst du, glaube ich, 50. Das heißt, in anderthalb Seasons kannst du dir den leisten, wenn du denn bereit bist, diesen Preis zu bezahlen. Was ich jetzt zum Beispiel nicht bereit wäre. Dann haben wir 17 Packs pro Split, das heißt 34 Apex Packs. Also du kommst auf ordentlich Packs pro Season, wenn du Bock hast. 3 legendäre thematische Packs, 2 legendäre Charakter Skins, 1 legendären Waffenskin, 1 reaktiven Waffenskin. Wie gesagt, das alles mal 2. Und hier steht noch 2 Premium legendäre Charakter Skins Varianten obendrauf als Bonus. Und alle Legenden spielbar während der Battle Pass dauert. Das heißt, wenn du diesen Spaß hier freischaltest, sind alle Legenden, die du bis dato nicht freigeschaltet hast, spielbar. Bis du sie entweder mit Tokens freischaltest, mit Echtgeld oder Coins freischaltest. Oder du holst dir jedes Mal den Premium Pass und kannst die Legenden immer kaufen. Spielen meine ich. Also wie gesagt, inhaltlich bekommst du deutlich weniger Müll, den du sowieso nicht ausrüstest. Du bekommst für dein Geld mehr. Aber gleichzeitig ist es für die Leute, die ungern Geld ausgeben oder nur wenig ausgeben wollen und vielleicht zu wenig Zeit haben, um den Battle Pass komplett durchzugrinden. Die machen einen mächtigen Verlust. Für jeden, der sagt, da kommt 20 Euro in einer Season, ist nicht viel Geld, das ist okay, muss ich sagen. Aber es sind einfach mal 100% Preissteigerungen, wenn du nicht so viel Zeit hast, alles komplett durchzugrinden. Das sind 100%. Das ist eine Menge Geld, finde ich. Oder prozentual gesehen ist das eine Menge. Trotzdem finde ich auf 3 Monate 20 Euro nicht viel. Aber für den kleinen Mann ist das eine absolute Frechheit, wenn du vielleicht in einer Woche nur 2-3 Stunden zocken kannst. Das muss man ehrlicherweise einfach mal so sagen. Ansonsten, wenn du viel zockst und gerne Skins hast, gerne auch mal Crafting-Metalle sparst, ist das eine geile Sache. Aber ich glaube, die Masse der Leute wird das nicht so feiern und das verstehe ich völlig. Wie gesagt, ich habe in der letzten Season auch vielleicht gerade mal so Level 60 geschafft. Das wäre ein Battle Pass gewesen. Ich bin mir nicht so sicher, was ihr davon haltet. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin extrem gespannt und vergesst nicht, mein erstes Video von heute noch zu sehen, wo ich über die OG-Maps rede. Original Kings Canyon Map und Original World's Edge Map aller Wahrscheinlichkeit nach mit Holobash Event Zug. Müssen wir mal sehen, was da noch rauskommt. Ganz klar wird es in dem Video. Schaut es einfach mal an. Würde ich mich sehr darüber freuen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und einen Daumen da zu lassen. Für den Algorithmus würde ich mich sehr darüber freuen. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.